Ein Element der letzten fünf Jahre war, dass Sie stets zu Diensten der Regierungen in der Europäischen Union waren. Und das ist genau einer der Punkte, warum es so viel Skepsis Ihnen gegenüber gibt. Manche Freunde sind gefährlicher als die Feinde. Kaum schließen Sie Ihre Rede mit dem Appell, ich bin der Kandidat aller, erklärt der werte Kollege Dohl, das ist der Kandidat der EVP. Was für eine Gefahr für Sie, Herr Barroso. In der Summe Ihrer Bilanz der letzten fünf Jahre und mit dem, was Sie bisher vorgetragen haben, ich sage nicht mit dem, was noch kommen kann, aber mit dem, was auf dem Tisch liegt, kann ich Ihnen eines mit Sicherheit sagen, die Unterstützung meiner Fraktion haben Sie nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020